Und zurück im Bundestag hat die Kanzlerin vor wenigen Minuten ihren Amtszeit abgelegt. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Nachher werden noch die anderen Minister der neuen Bundesregierung vereidigt und dann geht es auch schon an die Arbeit.